Ich überlege halt die ganze Zeit, wie das ist mit dem Runterspringen von da oben. Das ist ja schon ein bisschen hoch. Soll ich rückwärts oder mit der Gitarre nach vorne? Was? Wo Runterspringen? Ja, von dem Podest hier. Ich kann es genau hören, wer letzte Woche hier gewesen ist. Drapkick Murphys, glaube ich. Ich meine, ich höre noch irgendwo einen Doodle-Sack. Von welchem Podest? Ich soll doch da oben spielen. Die Treppe hoch und da spielen, ja. Du kannst doch nicht von da oben runter spielen. Hörst du was am Kopf? Wieso können wir noch auffangen? Ey, seid ihr verrückt? Ja, da stehen doch Leute. Das sind doch nur 2,5 Meter oder was? Hast du gesehen? Weißer Zettel auf weißer Wand. Wer soll das denn finden? Hilfe! Meinst du nicht? Okay, hast du nicht gerade erlebt? Ihr P***er! Ey, lass mal um. Ey, aber keine Panik. Das Orchester ist vor allem. Aber keine Panik, ne? Ich zieh mir nur schnell ne Hose an und dann geht das los hier. Yeah! Attacke! Ultimativ! Du bist so intensiv. Deine Sensu macht sich breit. Ultimativ und hyperaggressiv. Und du kommst nicht klar mit deinem Light.